Warten. Worauf? Noch haben Sie eine Chance. Sie umgewacht sich. Warum haben Sie das getan? Fliehen Sie mit dem Siedchen. Verschwinden Sie. Sie darf man nicht mehr wie Sie. Ich schaff das nicht mehr. Ich habe der Jänner versprochen, auf dich aufzupassen. Ja? Terminus Hotel. Zimmer 899. Okay. Ich habe meine Vögel was gefragt und sie haben mir einen Namen zugezwitschern. Blake. Dexter. Ein Waffenschieber erster Klasse mit einem ganz besonderen Interesse an ihre Mädchen. Dexter bewohnt die obere Etage des Terminus Hotels. Und seine Leute schotten ihn ziemlich gut ab. Aber ein Mann, der so tolle Fähigkeiten besitzt wie Sie, lässt sich davon doch sicher nicht abschrecken. Viel Glück, mein Bester. Ich mache sie runter. Ich mache sie! Dann Toucha! Ich mache sie! Ich mache sie! Ich mache sie jetzt. Ich mache sie! Hey, Bumpel! Reden Sie mit mir? Ja, genau. Mit Ihnen. Da oben ist geschlossen. Hey! Hey! Bleibt hier! Der Typ hat einfach einen Zivilisten umgepackt! Das kubelosa Sack! Runter! 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 Runter Sack! Das ist mein Herz! Oh! Das ist mein Herz! Meine Kälone! Mehr geschafft! Hast du ein Geschmiz gesehen? Wie soll man sich denn auch aufs Ziel konzentrieren? Wie soll man sich denn auch aufs Ziel konzentrieren? Was? Okay! Aaaaaah! 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 Soll das halt nicht sein, die Pfeffer ist da? Untertitelung des ZDF, 2020 Ich bin ein bisschen verletzt, ich bin ein bisschen verletzt. Ich bin ein bisschen verletzt, ich bin ein bisschen verletzt. Du bist ein paar Zähne. Geht's, Riefand, raus! Nur Eis nach einem Tag! Ich hab' ihn! Ich hab' ihn sehen! Beschäftig ihn! Nein, nein, nein! Nein, nein! Ich hab' ihn! Ich hab' ihn! Ich hab' ihn! Ich hab' ihn! Ja, ich hab' ihn! 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Klingt, als hättest du sie in einem deiner Labore gezüchtet. Hey, wer hat dich denn nach deiner Meinung gefragt? Du bist echt ein blödes Arschloch, weißt du das? Du sollst einfach nur den Mund halten. Tun, was ich sage und gut aussehen. Und du siehst blendend aus, Schatz. Du alter Schameur. Untertitelung des ZDF, 2020